So, da bin ich wieder. Und jetzt mal gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Ja, das ist mir schon klar, dass der irgendwie da weg muss. Aber wie? Wird hier irgendwie was angezeigt? Mal gucken hier. Geht's hier irgendwo hoch? Wo geht's denn hoch? Ähm. Okay. Kann ich hier irgendwie was machen? Also, es ist mir klar, dass man Holz verbrennen kann. Aber wie? Ähm. Ich gucke mal. Schieß doch mal eine der Lampe runter. Okay. Ja, wie die Lampe runter? Wie? Erklär's mir. Ich wollte... Hm. Kommt man irgendwie da hoch? Irgendwo muss man doch bestimmt hochkommen. Ich muss ja nur um eine Lampe dran. Ähm. Oder? Ich kann's ja auch mal so probieren. Warte mal. Wenn ich mal hier drauf schießen würde. Ach. Kann man das irgendwie durchschießen? Ich will jetzt nicht hier zu viele Munition verschwenden. Ähm. Aber wie? Hä? Ich will das Holz ja verbrennen. Aber wie? Warte mal ein Buch gucken. Kann ich nicht? Ne. Ähm. Tipps? Gibt es irgendwie Tipps? Ach. Kann man irgendwie das... Hm. Nein. Die kann man nicht durchschießen. Nein. Irgendwie doch nicht. Oh. Geht doch. Hm. Ach. Manchmal wird der echt blöd. Und jetzt? Ja. Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Ähm. Hier kann ich mich, glaube ich, nicht irgendwie rumhangeln. Aber ich könnte es ja mal hier versuchen. Nein. Ey. Wo bist du tot? So. Komm rüber. Das war schon mein erster Tod mal. Ähm. Darüber. Pah. Boah. Nee. Ey. Du sollst doch nur hier oben dran springen. So. 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 Und jetzt? Ja. Davon stirbst du nicht. Aha. Gut. Ach. Ich sehe da noch was. Oder dampft es. Ja. Da gucke ich doch auf ihn. So. 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 mal runter. Ich folg dir. Ich bin noch hier. Ja, mach mal an die Karäte da. Oh, jetzt geht die Tür zu. Oh, toll. Ah, da geht's auf. Das ist auch gut. Ähm, gehen wir mal hier durch. Hm. Hm. Folgen wir einfach mal den Licht. So. Ähm. Ich weiß nicht was. Okay. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Ja? Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Okay. Eins, das. Okay, das sind zwei. Aber wo sind die Zeichen hier? Irgendwie muss man da hochkommen, ja. So. Ähm. Hey, da passiert was. Passiert ja wirklich was. Ähm. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Warte. Warte noch mal gucken. Eins war das. Das ist jetzt zwei. Ja, das ist zwei. Wie, der Falsche. Nichts falsch. Eins, das. So, wir haben es schon mal richtig. Ach, das ist was ganz anderes. Ach. Eins war dieses hier. Ja. Drück mal da rein. Aber wo sind die anderen zwei? Ähm. Dann. Geh mal nach da hin und gucken. Wo sind die denn? Die anderen zwei. Ach, auch da oben. Hm. Scheiße. Jetzt muss ich wieder hier hoch. Hättest du ja mal sagen können. Arsch, ey. So, ein Arsch. Jetzt hopp und hopp und hopp. Jawohl. So, runter da. Ähm. Kann er sich da dranhängen? Ja, kann er. Gut. Jetzt gehen wir da rum. Ja. Hoch. Ähm. Was denn das? Das war richtig, okay. Was war denn das? Zwei. Eins. Zwei. Drei ist wieder das. Und dahinten dann das. Okay. Ich blick durch. Muss ich erst gucken, ob das das wirklich war. Ja, das war das. Ja, sicher war der das. So, ja. Und jetzt hopp, hopp, hopp. Ja. Gut, jetzt rüber da. Und jetzt hoch. Hoch, hab ich gesagt. Geh da hoch. Und jetzt drückt das mal rein, da. Mannometer. Dürfte das eigentlich geschafft sein, ihr. Okay. Wasser, tief. Ach so. Gehen wir auf die Treppe da runter. Und dann springen wir hier runter. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich sehe es mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. So, gehen wir da runter. Hey, hast gut auf da unten. Okay. Jetzt hoch. Ach, wo sind wir denn? Hier. Ähm. Ja. Schieben wir mal. Okay, da geht was auf. Wasser kommt rein. Ich hoffe es. Oh, jetzt hört das Wasser auf. Es gibt Schlimmeres. Okay. Ist hier irgendwo was? Nein. Gut. Ach. Ich bin bestimmt schon an einigen Chats sind vorbei. Bin ich mir sicher. Die Uncharted Cracks wissen das sowieso. Aber. Ach. Runter. Da ist doch einer. Die beiden hab ich mir auch. Dann gehen wir da hoch. Achso. Sprünge mal da dran. Nathan. Geh da hoch. Ähm. Dann gehen wir da hoch. Dann gehen wir. Ja. Dann gehen wir da hoch. Ja. Hopp. So. Und jetzt gehen wir da hoch. Äh. Okay. Dann gehen wir da dran. Ja. Dann gehen wir. Da. Okay. Ja. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Geschafft. Ich bin jetzt drüben. Nein. Solltest du doch gar nicht machen. Mann. Toll. Bin schon wieder gestorben. Hätte man mir auch sagen. Wissen, dass der dann stirbt. Na, Spaß. Na, Spaß. Ähm. Gut, dass er jetzt auch nicht gestorben ist. Jetzt macht er nämlich nicht mehr was das, was ich will. Höch. So. Hoch. Ja. Hoch, ja. Hoch. Hoch. So. Hoch. So. Okay. Hoch. Doch, wie es geht. Hoch. Dann sehen wir da was. Machen wir einfach mal so. Nicht schlecht. Okay. Gehen wir mal weiter. Ja komm, geh mal weiter. Oder schon wieder eine Tür. Ach, die müssen wir beide. Ach so. Mann. So. Da muss er ja mal. Muss man ja mindestens zu zweit. Okay, dann gehen wir mal hierher. Sieht sicher aus. Vom wegen. Wackelt doch. Oh, oh, oh. Komm. Nein. Was macht der denn da? Bisschen geblöd. Kann ich das so gar nicht machen. Okay. 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 Was? Warum hält er sich daran nicht fest? Bist du blöd? Der verarscht mich doch jetzt schon. Fängst du so an wie Ezio, dann kriegst du es aber aufs Maul. Ja klar, für ihn ist doch nie sowas, oder wie? Ja klar. Wie unfair. Wie unfair. Das will ich danach auch hoffen. Was sind denn denn hier? Okay. Oh, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal hier. Diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado. Der goldene Mann. Sali, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann. Kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier. Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist. Außer, außer was? Wir folgen der Spur. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Und bis bald rein. Und ciao.